Was ist dieses Signal, dass A aus so vielen Ländern, so vielen verschiedenen Parteien und so viele Religionen hier Leute miteinander am Tisch sitzen und diskutieren und reden dürfen? Hammer! Einfach ein tolles Signal. Das zweite ist, dass die Kanzlerin in Deutschland sich Zeit nimmt, nicht nur einen Brief verlesen zu lassen und die Einladung zu unterstützen, sondern hierher zu kommen und eine, wie man heute in Deutsch sagt, Keynote-Speech zu halten. Und das dritte ist, dass inhaltliche Schritte hier weggehen. Wir haben verschiedene Papiere, die wir unterschreiben und wir schicken die Papiere in die Länder, wo wir unbefriedigend Verhalten sehen und es werden Leute von uns dahin gehen. Das heißt, das kann auch Auswirkungen in konkreten Kontext mit konkreten Leuten haben. Das würde ich mir wünschen, dass das so viel wie möglich passiert. Ich halte ja dafür, dass unsere Stabilität, was in unserem Land gewachsen ist, auf drei Ursachen beruht. Das eine ist Demokratie, ob wir das noch wissen oder nicht. Das zweite ist Rechtsstaatlichkeit und da gehört ganz viel die Menschenrechte zu. Die Grundlegendsten sind die, dass ich sagen kann, was ich will, dass ich bekennen darf, dass ich glauben darf. Das Glauben liegt sogar noch eine fundamentale Schiene drunter. Und das ganze Gebäude ist gefährdet, ordentlich funktionieren zu können im Sinne der Bürger, wenn das nicht gegeben ist. Und deshalb ist es so existenziell wichtig. Der Stephanuskreis ist in der letzten Legislaturperiode gegründet worden unter dem Vorsitz damals meiner Mainzer abgeordneten Kollegin Ute Kranold. Und er widmet sich dem Thema Christenverfolgung und setzt sich allgemein für Religionsfreiheit ein. Wir haben ihn in dieser Legislaturperiode, nachdem ich den Vorsitz übernommen habe, deutlich ausgebaut. Inzwischen sind es fast 100 Mitglieder, die sich aktiv an dieser Diskussion beteiligen. Und wir versuchen, das Thema erst einmal in die Medien zu bringen mit einer entsprechenden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das Thema ist in aller Munde. Und es ist vor allen Dingen auch in aller Munde, dass es nicht nur eine Auseinandersetzung zwischen dem sogenannten christlichen Abendland und nur muslimischen Flüchtlingen ist, sondern es ist deutlich, es sind Moslems unterdrückt, es sind Christen unterdrückt, es sind unterschiedliche Arten von Christen unterdrückt, es sind die Bahai unterdrückt. Und wir müssen das Ziel verfolgen, in all diesen Fällen gleichermaßen für Religionsfreiheit einzutreten, weil die gegenseitige Toleranz der Punkt ist, der uns weltweit zum Frieden bringen kann. Und daran arbeiten wir. Das spielt an verschiedenen Stellen in diesem Zusammenhang eine Rolle. Erstens einmal, dass wir sehen müssen, dass diese Menschen natürlich mit einem gewissen religiösen Bewusstsein, viele jedenfalls davon, zu uns kommen, dass sie auch aus Staaten kommen, in denen keine Religionsfreiheit herrschte. Insofern müssen wir ihnen sagen, hier hat Religionsfreiheit eine doppelte Bedeutung. Erstens, dass sie ihre Religion leben können, wenn sie anders ist als das, was bei uns die Mehrheitsreligion ist. Aber andererseits auch, dass hier Toleranz herrscht und Toleranz zu herrschen hat gegenüber anderen Religionen. Wir müssen auch in Deutschland das Bewusstsein dafür stärken, dass gerade was den Islam angeht, es ja auch innerislamische Streitigkeiten sind und dass auch unter Berufung aus dem Islam in erster Linie einmal Moslems erfolgt werden, was vielen in Deutschland hier gar nicht in dieser Deutlichkeit bewusst ist. Sie hat den Spagat gefunden zwischen dem Einsatz für Religionsfreiheit weltweit, oft in sehr negativen Ländern, aber eben doch deutlich zu machen, wir müssen diesen Beweis auch immer zu Hause antreten. Sie hat deutlich gemacht, dass sie für sie die Religionsfreiheit auch den Island einschließt, aber gleichzeitig eben auch über die Vollverschweigerung gesprochen und wie problematisch die sein kann und alle echt Probleme angesprochen. Und sie hat sehr gut den Spagat rübergebracht, dass sie als Christ sich auch gegen Christenverfolgung einsetzt, aber dass sie als Bundeskanzlerin eben die Menschenrechte für alle Menschen vertritt und dass die anderen Religionen mit einschließt. Es gibt ja Dinge, die für eine Demokratie unabdingbar sind, ohne die es gar keine Demokratie gibt. Also zum Beispiel Rechtsstaat. Sie können eine schöne Struktur haben, können das Demokratie nennen, wenn die Richter korrupt sind, nützt das alles nichts. Und ich glaube, dass Religionsfreiheit oder genauer die Freiheit von Religion und Weltanschauung, also eben auch keine Religion haben zu können, konstituiv für die Demokratie ist. Oder anders gesagt, eine funktionierende Demokratie, in der die Leute aber nach ihrer Religion diskriminiert werden. Das ist ein Widerspruch in sich. Auch im Alltag, ich kann ja nicht Pressefreiheit haben und nehme also die Religion aus. Jeder kann also seine Meinung veröffentlichen, außer er ist religiös. Oder auch nur bestimmte Religionen, dann habe ich keine Pressefreiheit. Wir haben viele Muslime, die kommen hierher wegen Religionsfreiheit. Und die Ahmadiyyas, die Aleviten, also auch im islamischen Bereich haben wir sehr viele, die genießen die Religionsfreiheit hier und die müssen wir auch schützen. Die müssen wir natürlich zum Teil sogar vor anderen Muslimen schützen. So wie wir eben auch die Synagogen schützen müssen vor, wer auch immer deren Freiheit infrage stellen will. Das gehört immer bei Menschenrechten dazu, dass der Staat sie auch schützt. Und das bedeutet, dass wir unterscheiden müssen, dass wir eben andere Muslime haben, die in unser Land kommen, eigentlich um die Religionsfreiheit abzuschaffen. Ich wünsche mir, dass so oft, wie davon die Rede ist, dass man nicht foltern soll, eben auch davon die Rede ist, dass man Menschen nicht diskriminieren soll, nur weil sie das eine oder andere glauben oder eben auch gar nichts glauben. Ich wünsche mir, dass wir uns nicht so oft, wie wir es nicht so oft, wie wir es nicht so oft, Vielen Dank.